Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, in der ersten Folge haben wir in den ersten Runden hier unsere Plantage ausgebaut. Jetzt in der zweiten Folge möchte ich einfach mal schauen, wir sind bei 75.000 Runde 89. Paracon kostet 467.000. Wie schnell sind wir dort? So, ab. 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 Natürlich kaufe ich zwischendurch noch ein paar Sachen, aber ich denke mal, wir kriegen ziemlich zügig alles zusammen hier. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder bei 100.000. Und ich habe nicht mal alles ausgebaut hier an Plotagen. So, jetzt ist natürlich die Frage. So, was bringt dieses Gerät? Jetzt muss ich doch mal eben nachschauen. Du willst Bananen? Wir kriegen Bananen. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Moin Spetter, äh, Drehensborder Luca. Ich weiß immer noch nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da steht halt keine Erklärung. Oh, gut. I am one with the Wilds. Moab. Andalus. DDT. Andalus. Wo ist die DT? Sehr schön Gut, jetzt kommt noch mal das halbe DDT's gleich Da bin ich gleich mal gespannt drauf Sooo Keine 5 Minuten haben wir gebraucht bis das Geld zusammen zu bekommen Also So, noch einmal und dann haben wir es Sehr schön Achso Fehlen nur 17.000, ok alles klar Ich bin jetzt schon verdammt So jetzt aber Zack So, damit steht der Paragon Jetzt müssen wir mal schauen Der ist voll, der ist voll Der ist voll, der ist voll Die drei sind auch voll Also ich muss sagen die Plantagen sind mega gut Also hätte ich nicht gedacht Aber Was, äh Was, äh Gäbs noch für Möglichkeiten Genau Avnomie Da gibt's Geld Sag mal mega teuer Ähm Ich sag mal so, die Bananenzentrale ist schon gut So 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 Das wäre gleich der nächste Paragon Ich hab mal gesagt diese Folge soll nicht um den Paragon gehen Aber gut So So Und unten Der kostet nämlich jetzt siebenhunderttausend Parten Ich sag mal 37.000 Aber oben mein Paragon im Pool der macht das schon So In der Zwischenzeit trinke ich mal was Ich denke mal kommt eh nix durch So, da bin ich wieder So Ich weiß hier in den unteren Rängen werden die nicht mehr so gut gelevelt Aber ich will trotzdem hier drei hinstellen Kostet nämlich siebenhundertfünfzigtausend XP Die habe ich nicht Ich habe gerade 15.000 weil ich gerade was eingelöst habe Aber es sind 600.000 haben wir eigentlich ziemlich zügig zusammen Was bringt denn das Ding jetzt eigentlich? Was bringt denn das Ding jetzt eigentlich? Das Ding jetzt ist so Oh Wo Okay Okay, der ist hier mal gar nicht so schlecht hier, der hier unten. War das unten? Ich habe gerade gesehen, wenn die Niederne kommen, die fahren da drüber und weg, haben sie gefressen. Und es gibt sogar noch Geld dafür, dass ich die fresse. Moin Patrick! Moin! So, für YouTube. Ich denke mal, es ist alles bewiesen. Die alten Plantagen, die ich hatte, sind nicht so gut wie diese. Also ich rede ja von... Ach, ich sollte mal reingehen. Genau, sonst hatte ich ja immer 2,5. Aber ich denke mal, 5, 2,0 ist besser. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert oder die Kommentare. Wie gesagt, im Livestream geht es jetzt weiter. Und YouTube, ich weiß nicht, ob es noch eine Folge 3 gibt, ich denke aber nicht. Ciao mit Frau Robin! Tschüss!